Für feine farbige Kleidung geht's beim Waschen manchmal verdammt rau zu. Farben erscheinen blass und fad, weil die Fasern aufrauen. Die Stoffoberfläche verflust und die Farben können nicht mehr leuchten. Schluss damit! Das neue Fever Supra mit Faserrepair wäscht Farben nicht nur schonend. Es pflegt aufgeraute Fasern wieder glatt und Fadefarben leuchten wieder. Das neue Fever Supra mit Faserrepair pflegt die Farben frisch. Und jetzt auch flüssig als Konzentrat. Untertitelung des ZDF, 2020